Am 25. August lud die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft ihre Mitglieder zu einer gemeinsamen Ausfahrt auf der Pöhler Kogge ein. Trotz des Regens kamen die angemeldeten Unternehmer an Bord. Unter ihnen auch Vanessa Kersting, Gründerin von MV Liebe. Sie nutzt die Fahrt, um Kontakte zu knüpfen und Tipps zu bekommen. Wir von MV Liebe freuen uns unheimlich, heute das erste Mal mit der Kogge mitzufahren. Das ist unheimlich aufregend und Schiedwetter kennen wir ja in Nordlichter doch nicht, oder? Gegen 18 Uhr legte die Kogge ab. Und so ging es für die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft hinaus aufs Meer. Gute Fahrt!